Ja, das war der Flink. Ja, okay. Liebe gute Freunde, was läuft mit dem Bauhaus heute Mittwochmorgen? Ihr seht es, wir sind am Saatkartoffelroden. Mit ein bisschen Verspärkung. Wir mussten zuerst zwei Galloway Rinder verladen und hatten Probleme. Wir konnten nur ein Rind verladen, also zum Schlachten wurde das verladen. Das andere ist uns durchgegangen und wir mussten das wieder zur Herde bringen. Wir werden das ein nächstes Mal verladen. Es geht nicht immer alles ganz rund. Galloway ist immer sehr schwierig. Man muss möglichst ruhig arbeiten. Dann hat es doch voll nicht geklappt. Wenn ihr da seht, habe ich den Brandner Anhängerzug gemietet. Gestern haben wir den Kipper gefüllt und jetzt den Wagen. Dann sind wir am Füllen und angespannt ist jetzt ein Traktor, der gross genug ist. Ein 7-14er. Und ich empfehle euch, sucht mal mein Video oder ich werde den im Anhang anhängen. Zweiter Versuch, Brandner festgefahren. Heute haben wir mal geübt, mit meinem 3-11er den Brandner rauszunehmen. Jetzt habe ich noch meinen Kipper mitgenommen, weil nicht alles im Brandner Platz hat. Es ist ja auch schön, wenn es doch noch ein bisschen mehr gibt, als ich gedacht habe. Wirklich viel gibt es nicht so an Kartoffeln. Wir werden sehen, wenn ich dann über die Waage gefahren bin. Mit der ganzen Sache. Freitagmorgen, 9 Uhr. Abliefern. Wetterkinder in der Kartoffelzentrale. Feld fertig gerodet. Wir sehen, wir haben hier einen leichten Wegen durchgezogen. Aber es klart schon wieder auf. Und jetzt wollen wir geradebliegend weiterfahren und starten mit Speisekartoffeln Erika Rot. Simon wird nach Hause, holt den Wagen mit Palops und ich fahre direkt aufs Feld. Und dann noch den Graber, den Roden aufklappen und alles vorbereitet für die Strassenfahrung. С installations eleven. Okay. Achso, was dannман будет? Ashley which Iiche will zweiadoxon, Jetzt bin ich am anroden, gelb aufzuteilen, d.h. ich rote von der Mitte nach außen und da muss ich immer den hinteren Rad des Rotes schön zwischen die Furchen setzen. Das fährt jetzt ein bisschen schräg. Alles im Regen. Jetzt 20 vor 8, wir wollten da Balloxen abladen beim Wagen oben und dann kam der Gewitterregen. Da mussten wir schnell die letzten drei Balloxen zudecken. Ich warte wenig schnell mit dem Staple. Nach dem Gewitterregen hole ich den Brandner vom Feld zurück. Der ist mit einem Dach gedeckt. Wunderbare Sache. Sonst hätte ich ein grosses Problem bekommen. Dann kam da plötzlich ein Gewitterregen. Und es ist jetzt halb neun. Mittwoch halb neun. Und ich fahre dann mit dem nach außen. Und ich werde sicher keine Probleme haben. Nicht so wie vor Jahren. Dann kann der Hause mit dem 714 herausziehen. Er ist auch nur mit einem Rad im Feld drin. Mit den anderen Rädern ist er auf der Strasse. Also, fahren wir nach Hause. Da sind sie jetzt problemlos gegangen. Also, das ganze alles natürlich gegangen sind. Ist doch nicht verhält много Surely die Wege mit dabei? Wollen wir in den Ball und hässern. Oh mein, was wir dort schnell an? M зğer, appliciert? Oh mein, ist das Hourично. DAS! Interessen zu versuchen, den DASV politisch.